Ries, Ries, Ries! Applaus 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 Ich glaube, es ist ein schönes Spiel mit 6-3-3. Ich glaube, dass wir wirklich auf diesem Niveau spielen können. Es ist ein schönes Spiel. Es sieht alles schnell aus. Ich freue mich, dass die Mannschaft mit den E-Berlen mit den E-Berlen mit den E-Berlen. Die E-Berlen der Liga Russisch war 80% der E-Berlen, so wir haben mit einer E-Berlen-E-Berlen mit drei E-Berlen-E-Berlen. Wir haben uns vorhin 12 E-Berlen geholfen, und wir haben sie auch gewonnen, dass wir nicht gewonnen haben, besonders die E-Berlen, als wir 2 E-Berlen haben, aber wir haben uns auf die E-Berlen. Ich glaube, dass wir uns in den letzten Minuten wiederholen werden können. Ich kann mich sehr gut für die Veränderung haben, dass wir die Veränderung haben, aber wir haben uns nicht so viel zu erheben, sondern wir haben uns auch die Stauber, die sich für die Veränderung und die Veränderung. Ich hoffe, dass wir uns das gut für die Vorbereitung haben.